Herzlich willkommen hier zu einem neuen Geft-Commander-Video. Heute mal wieder ein Commander-Vlog. An dem Tag, wo ich das hier aufnehme, ist Silvester, also der 31. Und in wenigen Minuten ist es auch schon den 1.1.2015, um das ein bisschen zu feiern. Wird natürlich schön geballert, zusammen unter anderem hier mit dem Kollegen von mir, das ist auch Matthias. Ja. Und wir haben zumindest hier schon mal ein bisschen Proviant, also das ist so das kleinere Zeug. Wir haben ja noch ein paar andere Geschütze, sag ich mal. Ein paar Raketen. Ein paar Raketen, ein paar 200-irgendwas-Schuss. Und da ich ja hier so ein wunderschönes iPhone noch habe, das jetzt da drüben irgendwo liegt, ein iPhone 6, das ja so wunderschöne Slow-Mo-Aufnahmen machen kann, hab ich mir gedacht, kann man ja mal optimal als Test benutzen. Ja, da hat man es kurz gesehen. Das da, genau, da ist es. Und da kann man... Ja. Und da kann man dann ein paar schöne Slow-Mo-Aufnahmen machen. Und das, was da rauskommt, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Viel Spaß. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.